Yo Leute, was geht? Euer Error ist wieder back und heute habe ich für euch ein Gewinnspiel und eine Frage für euch. Soll ich Fortnite Videos machen? Wenn ja, lasst ein Like da. Und jetzt kommen wir mal zu diesem Gewinnspiel, was ich jetzt vor zwei Sekunden angekündigt habe. Also es gibt 5 Netflix, 5 Netflix Accounts zu verkaufen für jeweils 4 Accounts für jeden Media, also für jeden Programm, PC, Fernseher, Smart TV, PS4 oder natürlich euer Handy. Und es sind insgesamt, also man kriegt 5 Accounts geschenkt und jeweils 4 kann man das benutzen. Also zum Beispiel 5 mal 4 sind 20, also können es 20 Leute benutzen. Und um es ganz einfach zu gewinnen, ist, ihr müsst einfach nur ganz leichte Sachen tun. Mich abonnieren, das Video liken und das Video teilen. Und wenn ihr das gemacht habt, dann bis zum 8.4. werde ich es bekannt geben, wer es gewonnen hat. Dann mache ich einen Zufallsgenerator und ja, ich wünsche euch viel, viel Glück und haut rein.